na gut ich meine anders scheint es ja nicht zu gehen knapp daneben ist auch vorbei und jetzt und jetzt...aahhhh auf den da umwechseln geschafft ach da unten oder was oh warte mal da ist noch was knapp vorbei was bin ich froh dass man hier beliebig oft wieder versuchen kann echt das wäre nix für mich wenn das bei dem spiel tatsächlich irgendwie maximal anzahl von leben irgendwie verknüpft wäre gott geschafft diesmal jetzt weitsprung schaft gut tja keine ahnung wo dann noch irgendwelche sammler objekte sind ich habe nix gefunden jetzt gehen wir erst mal die höhle da ist sie mehr die und der andere typ a stranger in our halls welcome Our name is Samuel and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe. But she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred. And if you see Madeline, take care of her. Be safe. I understand. I understand. I understand. I have to find my uncle. I have to focus on Madeline. I have to focus on Madeline. Because she doesn't listen to you. I don't listen to you. I don't listen to you. I don't listen to you. Well, now we have to see the crystal. Ah, that's the third crystal. Ah, nice. Okay. What are we doing here? What are we doing here? Kaulquappen. Kaulquappen. I, I have to go out here. What is this? Ai, ai, ai. I swim in the middle of the world. This is the next generation of these... ...frosch beings. I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Tja. Das wird sich zeigen, nachdem ich diesen eins, zwei, drei, meinen ersten dreifach... ...grappler hinter mir habe. Wohaha. Dolle Show. Wohaha. Hahaha. Alles is knapp. Äh. Haben wir geschafft. Gut. All right, so. Weiter geht's. Save point. Yes. Ah. 1, 2, und dann darüber. Das mit Anlauf. Pff. 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 der war krass, das war krass, aber geschafft, oh oh gehts da hin, nein meine fresse war das knapp wo ist denn da ist trotzdem nur zwei sammlerobjekte kein scheiß machen, so also hier bin ich hergekommen ok blumenthorn, safepoint, nee, oder? oh, auch noch mit anlauf, oh, das ist fies, also anlauf und dann ein tor, zwei tor, drei tor und dann land, oh, ey, das wird ein harter jump, mal gucken wie ich das schaffe, ja, bei uns ein jump and run, das ist ja wirklich irgendwie, naja gut, ähm, was war das denn? nein, also nochmal da höre ich was nochmal eine hütte, da ist er gehockt wahrscheinlich ist er hier gehockt und hat sinniert, ob er es machen soll, dass er in diese schluchten geht oder nicht ok, immer noch nur zwei sammlerobjekte wo ist der rest? komm ich da noch hin? ich hoffe boah, nee, oder? boah, mit anlauf na toll mit anlauf so ein teilnehmen und dann, keine ahnung, da oben wahrscheinlich weiter irgendwie ok, probieren wir es nein ok, ich muss wahrscheinlich auf den da ah, wieder daneben oh, triff ihn doch boah, Mensch, Bones oh oh ach so, ich habe schon dreimal gegrappelt, ne da muss ich, oh da muss ich hinfliegen, oder? ok ok ok, wieder den ersten nicht geschafft, ist das krass ja, ihr merkt schon das ist nicht Bonesart von Spiel ich meine, ich finde das sehr geil, das Spiel, aber ah, ich bin da einfach nicht ganz geeignet für, glaube ich neeein ok, nochmal ich glaube, jetzt ist mir aber auch klar, warum die da nicht hin soll, die Maddy, weil das ist ja nun wirklich nicht einfach, zumindest für mich ist es das nicht äh, falscher Zeitpunkt ah, das auch noch also warten falscher Zeitpunkt extrem falscher Zeitpunkt ah, jetzt habe ich noch nie mal den ersten mehr geschafft Dreck geht auch nicht, ok ich muss aber nicht dagegen, neeein ich muss früher loslassen immer wenn ich dagegen ramme funktioniert es natürlich da nicht oh, ich halte mir schon die Luft dran, ihr merkt das jetzt, 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 jetzt ah, fast es ist echt schwer und vorbei da ist jetzt so richtig gut dass ich keine dass ich unbegrenzt leben habe und wieder voll dagegen gerammelt ich verstehe es aber auch nicht, ey wieso mache ich so einen Mist ich kriege es einfach nicht hin wieder dagegen gehüpft so, jetzt 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 nein Ich muss ein bisschen länger an dem rotierenden hängen, um mich seitlich vorbeizuslingen. War nix. Oder, oder, oder? Vielleicht doch gerade noch. Boah, knapp. So, jetzt pass mal auf. Bisschen länger hier. Ach, nein. So nicht. Vielleicht auf der anderen Seite? Ja, hier muss ich einfach auf der anderen Seite vorbei, oder? Nein, ich hatte ihn. Was mach ich denn für'n Mist? Jetztx! 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 Jahh! Die Schmerz hat mich überrascht, als ich die glitternden Lichter in der Stadt hinter mir und um die ominösen Schäden der Schäden. Der eine ist hier oben, irgendwo auf diesem Berg, ganz oben. Ich habe das ja schon mal probiert, da hochzukommen, aber irgendwie habe ich damals offensichtlich nicht... Bin ich dann doch nicht hoch genug gehüpft, irgendwie. Wie auch immer, ich werde es jetzt nachholen. Man hat ja auch eine schöne Aussicht von hier oben, ne? Da habe ich schon irgendwo gehört, aber offenbar nicht genug. Nicht hoch genug. Nein! So. Man hört es schon. Da ist er! So. Ich habe ein strange Gizmo gefunden. Etwas Meisuring-Tool, das Fred hat gebaut. Es scheint, es zu meisuringen zu sein. Deshalb habe ich die Ergebnisse, um Fred zu geben. So. So. Also das war der eine, der mir gefehlt hat. Der andere ist... Von hier oben sieht man das im Prinzip schon. Von da, dahin, dahin und dann irgendwo da unten. Ist der. Also müssen wir jetzt mal dahin. Na, 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 na. Tonk. Ich finde es immer wieder erstaunlich, aus welcher Höhe man da runterhüpfen kann. Ohne sich zu verletzen. Im Prinzip aus jeder beliebigen Höhe nur. Muss halt irgendwas unten sein, wo man hinhüpfen kann. So. Genau. So. Das ist jetzt ganz fies. Da links um die Ecke ist das Ding. So. Das sieht man schon ein bisschen, ne. Da unten in die Ecke. Direkt oberhalb von meinem Symbol. Mal gucken, ob ich das schaffe. Dazu muss ich da hoch und dann da rüber. Ha. Fiese Nummer. Ja, geschafft. Oh. Zurück komme ich wahrscheinlich nicht mehr. Na. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da unten in der Ecke ist das. Ja. Ich denke nicht. Ich habe ja schon vermutet, dass es da noch was gibt, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Gehen wir da mal geschwind hin. Es sah wie die meisten der Schäcke in der Stadt aus Trash. Trash aus unserer Welt. Es war nachher ein Schraubendreher, der mich hier nahe. Oh Gott, wieder diese Jump-Szenen hier. Wobei die Richtung geht echt noch. Ich habe es mal probiert, von da hinten wieder zurück zu kommen. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, aber es hat mich einige Anläufe gekostet. Das war schon echt schwierig. Ja, gut. So, okay, also der Trick ist eigentlich ganz einfach. Hier muss man rüber. Da ist er. Und jetzt hat mich eigentlich alle auch hier in dem Level. So ist es. 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 Vielen Dank.